gab es am balken und für die deutsche mannschaft auf geht's salto an die angang gut geschafft oben bleiben mit dem scharfsprung hat sie einige probleme gehabt aber wichtig ist das gesagt oben bleiben bei jeder stupf von gerät 0,8 abzock das ist schon im mensch damit ist man wieder mit der ukraine gleichauf sozusagen durch den stürz der ukrainerin scuba beim abgang von stufenbahn gleich sieht das wieder aus also schnell werden faden gewinnen damit die übung dann auch von den schwierigkeiten her zu ende getont wird nichts weglassen weil das gibt dann zusätzlich noch mal das problem nicht in den höheren wert zu kommen aber die bisher noch ganz gut aus ja sie angespannt katja aber die berlinerin am spiebalken also ging ja nicht ganz ganz fit in dieses rennen war ja in der vorbereitung bei aus glattbach durch den effekt gehandicapten und hat sie wieder hochgerappelt also das ist alles andere als eine solide vorbereitung auf die europermeisterschaft sag ich noch mal das tableau aber das ist entschuldigung mit der so salopp formuliere käse liebe zuschauer das hat man jetzt eingeblendet weil frankreich da so schön in führung lag aber da fehlt natürlich eine ganze menge an übungen der konkurrenz so dass das in ganzer weise aussagekräftig war also vergessen sie das ganz ganz schnell wieder erst nach der kompletten nach der kompletten zweiten redaktion ergibt sich dann ein vernünftiges bild was die derzeitige wertung betrifft der derzeitigen stand der 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 der